Ihr wisst alle, das Fußballgeschäft ist ein sehr schnelllebiges, auf Reims heißt es, Ankommen und dann geht es auch schon wieder weiter. Wir wollen uns heute von den Spielern verabschieden, die die Eintracht verlassen, aber, da will ich von aus, ihr nicht den Rücken kehren. Ich bin erfolgreich und werde zum Abschied ein Geschenk an jeden Spieler überreichen, der die Eintracht verlässt. Eintracht Braunschweig bedankt sich für den Einsatz bei IBA Mai. Wir sagen danke an die Julian Bauer. Unser langgehender Orban Fabrice Hartmann. Ihm hat die Eintracht, es ist sehr, sehr viel zu verdanken in den letzten Jahren. Wir hören uns bei Martin Komilanski. Kurska, 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 Kurska! Danke, Leute. Vielen Dank für den Einsatz. Blastel, schlucht ab. Und auch er hat geholfen, das von euch was beeinträchtigt in diesem Jahr erreicht ein viel, viel Dank Sebastian Müller. Und auch er hat den Namen Eintracht gelegt, hat ihn veränderlich. Vielen, vielen Dank, Jomain Vosbruch. Die Eintracht und ihre Fans, und das, denke ich, sage ich zu Recht, wünschen euch, die ihr heute oder jetzt in dem Verein verlasst, für eure Zukunft alles, alles Gute. Vielen, vielen Dank nochmal für euren Einsatz im Trikot der Lüben. Vielen Dank.